In diesem Schritt können Sie alle Auffangflächen anlegen, die an das jeweilige Regolensystem angeschlossen werden. Das bedeutet in diesem Fall, wir bestimmen die Auffangfläche für unsere Berechnung Regole 1 Sonnenallee. Sie haben die Möglichkeit, eine neue Auffangfläche zu erstellen oder, wenn Sie bereits vorher für das gesamte Projekt Auffangflächen hinterlegt haben, diese hierüber auszuwählen. Wir zeigen nun die Anlage einer neuen Fläche und starten mit der Bezeichnung. Im nächsten Schritt bestimmen Sie die Größe der Auffangfläche. Hierbei gilt es zu definieren, ob es sich um eine Gebäudefläche oder zum Beispiel Freifläche handelt. Diese Angaben sind für den eventuell notwendigen Überflutungsnachweis erforderlich. Danach haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Art der Auffangfläche. Nähere Informationen dazu finden Sie über diese drei Punkte. Die Werte sind voreingestellt. Der Abflussbeiwert und der Spitzenabflussbeiwert. Zum Schluss bestimmen Sie noch die Bewertungspunkte nach DWA. Entsprechend der Flächenbelastung und der Luftbelastung sind auch hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten hinterlegt. Sie können die Auffangfläche speichern oder weitere anlegen und hier einen Haken setzen.